Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei To The Moon. Johnny hatte einen Zwillingsbruder, Joey. Leider, leider, leider ist ein schrecklicher Unfall passiert. Und Johnnys Zwillingsbruder wurde auf tragische Weise von seiner eigenen Mutter überfahren. Und es war eine verdrängte Erinnerung von Johnny. Und wahrscheinlich ist auch das des Rätsels Lösung. Denn man weiß ja, Zwillinge, also eineiige Zwillinge, haben in der Regel so intuitive Gemeinsamkeiten. Sie können über tausende von Kilometern auseinander leben. Und trotzdem ziehen sie sich gleich an. Sie essen dieselben Dinge. Sie tun teilweise dieselben Dinge zur selben Zeit. Und vielleicht ist der Wunsch zum Mond zu fliegen gar nicht Johnnys Wunsch. Sondern der seines toten Zwillingbruders, Joey. Aber das werden wir wahrscheinlich irgendwann auch jetzt erfahren. Ob ich damit richtig liege oder vielleicht doch falsch. Wir haben als letztes eine kleine Notiz erhalten. Das war die Notiz Animorphs. Animorphs war das Lieblingsbuch oder eine Lieblingsserie von Joey. Und nun ja, das ist die letzte Notiz. Und wir schauen sie uns an. Wir haben viele Punkte bekommen. So, eine Notiz. Animorphs, Joys Lieblingsserie. Oh, wir sehen hier, es ist nicht mehr grün. Es wird rot. Johnny liegt wirklich in seinen letzten Zügen. Es war immer grün. Und jetzt, jetzt wird es rot. Das Erinnerung, Johnny heimgesucht hat. Wir haben hier nur noch die Bahn. Es war Johnnys, nein, Joys, Joys Geschenk. Es war das Geschenk der Mutter an Joey. Weil sie, Joey, es war ihr Lieblingssohn. Und Johnny, Johnny war ein Anhängsel. Irgendwie. Nun ja, halt, das wollte ich nicht. Wir müssen dorthin. Es ist also eine allerletzte Sache wahrscheinlich. Na, vielleicht noch eine. Das ist dann aber... Oh, so eine Ja-Markt, nicht? Sollen wir uns ein wenig umsehen? Wie wäre es, wenn ich mich umsehe und du hier einfach stehen bleibst? Wie wäre es, wenn wir uns eine Stunde lang nur noch in Frageform unterhalten? Hör auf zu quatschen und geh! Ach, jetzt hast du es vermasselt. Okidoki. Es gibt nicht wirklich viel. Hier gibt es eine Frage. Und... Früchte, frische Früchte! Äpfel, Orangen, Tomaten, wir haben alles! Moment mal, Tomaten sind keine Früchte. Ah, doch, sind sie. Sie sind in Ovarien der Pflanze und enthalten Samenkörner. Das sind die Eigenschaften einer Frucht. Ich bitte dich, Tomaten! Wir bezeichnen sie absolut niemals als Früchte. Wer ist wir? Ich koche nun mal gern in der Gruppe, ok? Und einigen von uns nehmen das sehr ernst. Ok. Früchte, frische Früchte! Ja, das wissen wir schon. Hier haben wir... Oh, aber ich will dieses blöde Ding nicht. Ich will den Zug. Wir haben nur noch einen Zug. Willst du deinen Preis vielleicht stattdessen gegen ein Teddybären tauschen? Nein, ich will nur diesen Zug. Na, kommt schon. Mach keine Zähne. Joey hat ihn zuerst gewonnen. Fair und gerecht. Oder etwa nicht. Aber ich habe auch gewonnen. Nur weil er vor mir dran war? Ist schon ok. Du darfst auch damit spielen. Siehst du, wie nett dein Bruder ist, Johnny? Ok, ihr Hefeklöße. Blockiert mal nicht den ganzen Stand. Kommt, wir schauen mal, was es da drüben gibt. Ich bin kein Hefekloss! Weißt du was? Ab jetzt nenne ich dich nur noch Hefeklöße. Du plöffst doch nur. Hey, ist das Klopp den Maulwurf? Klopp den... Was? Klopp den Maulwurf. Du nimmst einen Gummihammer und kloppst ihn auf den Maulwurf. Ist das nicht Tierquälerei? Das sind keine echten Maulwürfe, Dummchen. So haben die Leute Dampf abgelassen, bevor wir das Personshoot erfunden wurden. Wie primitiv. Ja, ganz schön ghetto. Wo hast du davon gelesen? Mein Opa war ein Fan davon. Wollen Sie ein Spielchen wagen? Einfach auf alle Köpfe kloppen und tolle Breite gewinnen! Ja, 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 ja! Oh nein. Los geht's! Maus! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das aber... Die Zeit ist um. Und dann wollen wir mal sehen. Bei 44 gesichteten Zielen hast du 87 Mal zugeschlagen und dabei 43 Mal getroffen. Hey, das ist aber super. Das ergibt 97% Trefferquote. Ja, das ist neuer Rekord für dich. Ach, komm. Ne, jetzt muss ich auch noch die Dinger hier machen oder was? Ach, komm. Ernsthaft? Ah, ja. Das Schicksal hält wundervolle Fügungen für euch bereit. Aus diesem hier könnte ein Anwalt werden und aus diesem hier ein Arzt. Oh Gott. Kommt ihr zwei. Ich kaufe euch Süßigkeiten. Hey, wo ist mein Trinkgeld? Hä, ja. Hä, ja. Hä, ja. Äh. Keine Chance, ich rede nicht mit dir. Gut oder schlecht. Wir gehen das um so oder so an den Kragen. Jetzt. Sag mal. Nein. 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 Es werden drei Memory Links benötigt, um fortzuschreiten. Alles klar. Wir müssen da noch ... Wir sind noch nicht ... Ah. Ah. Ha. Wir sind noch nicht fertig. So. Ich hoffe, dass das jetzt hier gerade nicht auf die Aufnahme geschlagen ist, denn ich war etwas zu ... Hallo. Ein bisschen zu schnell. Willkommen! Ich präsentiere das kleinste Riesenrad der Welt. Können wir eine Probefahrt machen? Natürlich nicht. Funktioniert es überhaupt? Natürlich nicht. Sieht aus, als hätte jemand einfach ein paar Stühle an einem Mühlrad geklebt. Das wäre total egal. Nur im Leben ist das das kleinste Riesenrad der Welt. Ich bin nur noch auf einem Kiersitzel gewandt. Letzten Morgen. Kleinste Riesenrad der Welt, liebe Leute. Kommt her und staunt. Okay, da ist es. Den haben wir schon. Ah, da geht es weiter. Okay. Ähm. Hopp. Ah, da sind sie. Mh, yum, yum. Ich werde dich nie verstehen, Joey. Wie kannst du nur diesen Geschmack ertragen? Sie sind so sauer und eklig. Ich mag ja noch nicht mal normale Oliven. Du könntest wenigstens mal eine probieren, Johnny. Wer weiß, vielleicht kommst du dann auf den Geschmack. Ich bin fertig, Mom. Kann ich spielen gehen? Okay, aber nur auf dem Spielplatz. Nicht einen Meter weiter. Gib mir die Tasche. Ich passe für dich drauf auf. Nein, das ist meins. Ich habe es gewonnen. Eingelegte Oliven erhalten. Joes Lieblingsspeise. Oh. Nein, es ist immer noch rot. Ja, dann ist da nichts mehr. Oh, 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 oh. Warte mal. Was ist denn da? Hey? Was ist denn hier? Hier? Oh, oh. Ich habe keine Ahnung. Ich bin irgendwie hier hingekommen und dann war ich da. Man kann da hoch, okay. Das ist gut zu wissen. Aber ich möchte noch ein bisschen da hier hinten hinlaufen. Ich will mir das mal ansehen. Der kleine Joey. Einsam. Nein, nicht Joey. John, John. Das ist... John. Hallo, John. 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 Du sollst nicht. Auf Mama hören wir nicht so gut, was? Nein, auf Mama hören wir gar nicht. Und jetzt? Nein, auf Mama hören wir nicht so gut, was wir nicht so gut tun haben, was wir nicht so gut tun haben. Das ist der Platz. Er hat den Weg verlassen und dann soll einen coolen Ort gefunden. Aber seien wir ehrlich, er hätte eben so gut von einem Rudeltiger angefallen werden können. Tiger leben nicht nur Rudeln. Dummkopf. Das war auch nur eine Redensart. Das ist der Platz. Weißt du, als ich noch klein war, hat mich mein Opa jedes Jahr zum Sterne gucken mitgenommen. Er hat nur das Teleskop für mich getragen. Natürlich. Nun hätte Mom mir allerdings niemals erlaubt, die ganze Nacht wach zu bleiben. Deshalb sagte Opa ihr jedes Mal, dass wir nur Zelten fahren und versteckte das Teleskop im Auto. Das war toll. Aber wenn wir am Morgen zurückkamen, musste ich so tun, als hätte ich nachts geschlafen. Und das ist kurz gesagt, befasst die Geschichte, wie ich in die Koffeinsucht abgetrifftet bin. Du bist ein Monstrum. Ich weiß. Es ist schön, sehr traurig. All diese schönen Erinnerungen verloren und niemals wiedergefunden. Und wer weiß, wie viele mehr es noch gibt. Tja, wie du immer sagst, man muss jeden Moment für sich genießen, nicht? Hm. Heilige, ich hab dir doch gesagt, dass hier Tigerrudel rumstreuen. Da kommt wer. River. 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 Hallo? Warte. Bleib hier. Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Ich bin Johnny. Du bist auf meinem Platz. Dein Platz? Oh, entschuldige. Ich wollte mich hier nicht ganz alleine ausbreiten. Ähm, willst du dich zu mir setzen? Bist du hier, um die Sterne zu beobachten? Und du? Und du? Ach, wie schön. Ui. Das ist ja mal ein ganz anderes Bild. Schau nur. Wusstest du, dass es so viele Lichter am Himmel gibt? Ja. Oh. Hä? Ich wusste es auch. Das ist also dein Platz, ja? Nur während des Jahrmars. Kein Fan von Menschenmengen. Bin ich auch nicht. Weißt du, du hast mir immer noch nicht deinen Namen gesagt. Ich sag ihn dir auch nicht. In der Schule machen sich alle drüber lustig. Wieso? Sie sagen, dass sie es aufs Klo müssen, wenn sie an ihn denken. Hä? Hä? Okay. Dann nicht. Tja. Kann auch nicht schlimmer als John sein. Ich meine, überall auf der Welt heißt fast jeder John. Auch in Indien? Würde mich nicht wundern. Was ist verkehrt daran? Hm. Was ist verkehrt daran, einen Namen zu haben, den jeder hat? Hm. Es ist langweilig, schätze ich. Ich meine, wenn alle so heißen, wo ist da der Sinn? Ich hätte nichts dagegen. Ausnahmsweise mal den gleichen Namen zu haben, den alle anderen auch haben. Das ist wie in diesen Lichtern am Himmel. Von hier unten sehen sie alle gleich aus. Aber das macht den Einzelstern kein bisschen weniger schön. Tja, vielleicht. Das ist ein ganzes Stern da oben. Was glaubst du? Sind sie? Mein Vater sagt, sie sind riesige brennende Kugeln aus Gas. Haha. Das denkt er sich doch nur aus. Warum sollte er mich anbieten? Weil, na ja, dass manche erwannen. Das machen man wachsende Unwalt. Sie denken sich Sachen aus. Und den Weihnachtsmann, die Osterhasen, Kängurus, sowas halt. Hast du schon mal versucht, den Osterhasen aus Sternen zu machen? Wie ein Sternbild? Ja. Hm. Andere Sachen schon. Aber noch nie ein Hasen. Möchtest du einen machen? Klar. Machen wir das beste Sternbild aller Zeiten. Mal sehen, wer zuerst eins hat. Okay. Von drei. Drei. Zwei. Eins. Und so. Ich sehe es. Äh, wo? Am Himmel. Hm. Ja, aber wo genau am Himmel? Denk in großen Zusammenhängen. Äh, ähm. Größer als all die anderen es tun. Äh, ich verstehe nicht. Moment mal. Moment mal. Ich sehe es. Sag mir, was du siehst. Da drüben, stimmt's? Das sind die zwei Löffel und der Kopf. Und weiter. Da. Da sind seine beiden Füße. Ja, was noch? Und der Mond. Der Mond ist ein großer, runder Bauch. Der Mond ist ein großer, runder Bauch. Wie schön. Er kannte sie also schon. Schon als Kind. Also, was glaubst du, sind sie wirklich? Ich habe es noch nie jemand erzählt, aber ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Wow, muss ganz schön was los sein da oben. Ist aber nicht so. Sie können all die anderen Leuchttürme dort draußen sehen und sie wollen mit ihnen reden. Aber das können sie nicht, denn sie sind alle viel zu weit voneinander entfernt, um zu hören, was die anderen sagen. Sie können nichts tun, außer aus der Ferne ihr Licht zu senden. Also tun sie das. Sie senden ihr Licht zu den anderen Leuchttürmen und zu mir. Warum zu dir? Weil ich eines Tages mit einem von ihnen Freundschaft schließen werde. Deine Tasche? Was ist da drin? Oh, der Preis, den ich bei Klopp den Maulwurf gewonnen habe. Hast du das schon mal gespielt? Ich habe es versucht, aber ich bin zu ungeschickt. Was hast du gekriegt? Es ist ein Ding. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was das ist. So eine Art Enten-Piebertier. Darf ich mal sehen? Es sieht so seltsam aus. Ich wünschte, ich könnte auch so eins gewinnen. Johnny! Mist! Mama ruft mich! Hier! Weißt du was? Behalte es! Es gehört dir jetzt! Mir? Ja, ich kann jederzeit noch eins gewinnen. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin einfach die Nummer eins bei dem Spiel. Bist du nächstes Jahr wieder hier? Jep! Du auch? Ja! Selber Ort, selbe Zeit? Ja! Und wenn du es vergisst oder wir uns aus den Augen verlieren, dann treffen wir uns eben auf dem Mond wieder. Dummerchen! Genau, auf dem Bauch des Hasens. Johnny! Mama! Oh, mein Hacky-Sack ist noch in der Tasche. Du sagtest, du bist ungeschickt, stimmt's? Versuch es mal damit. Deswegen will er zum Mond. Das klärt einiges. Falls sie sich jemals aus den Augen verlieren. Moment mal. Soll das heißen? Sag mir nicht, dass du das nicht hast kommen sehen. Und ich hatte schon geglaubt, dass hier würde eine inspirierende Kindheitstraum-Geschichte werden. Ich hätte wissen sollen, dass irgendein Mädchen auftaucht und einen Schmachtfetzen daraus macht. Ich glaube, wir wissen jetzt, was wir tun müssen, um ihn zum Mond zu bringen. Moment mal. Du willst doch, willst das doch nicht etwa wirklich tun, oder doch? Es ist unser Job, Neil. So lautet unser Auftrag. Verdammt nochmal! Eva, nein! Eva? 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 Vielen Dank.